Hey, du da! Was hier ist Privatbesitz? Was zum Teufel machst du hier, Jungchen? Ich bin nicht dein Jungchen. Nun hat man nicht recht. Du hältst dich ohne Erlaubnis auf meinem Grund und Boden auf. Ich kann dich nennen, wie ich will. Ich hab aber gar kein Schild gesehen, Fettsack. Du bist ja auch nicht zur Vordertür reingekommen, oder? Also jetzt pass mal auf, ich brauche keine Einladung, Dicker. Ich wurde von einer früheren Macht hier... Die einzige Macht hier bin ich, Jungchen. Das wirst du schocken. Du wirst noch rausfinden, was ein Survival Trip ist. Ich war früher in Vietnam. Für dich und alle. Ich hab des künften Gerüsts gekommen. Ihr seid am Ende. Ihr seid in unserer Sicht viele. Verflucht doch mal, ich brauche diese Scheiße nicht.